Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von time2do.ch. Viele Dinge verändern sich, alles unterliegt einem Prozess, nichts bleibt so wie es ist, denn gerade in unserer neuen Zeit gibt es immer wieder neue Informationen. Heute bin ich ganz happy, dass ich Ihnen etwas Neues vorstellen kann, was so in die Tiefe und so in die Breite geht, dass jeder meiner Zuschauer die Möglichkeit hat, aus dem Status, in dem er im Moment ist, einen weiteren Schritt zu machen in die Richtung, die er wünscht. Und da freue ich mich, dass er heute bei mir ist. Begrüße im Studio Dr. Alfred Gruber von iLike. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen auch. Danke vielmals für die Einladung. Alfred, wir haben uns ja im Vorfeld jetzt über eine Stunde unterhalten. Ich bin fasziniert von dem, was ihr tut. Die Zuschauer sitzen jetzt natürlich da, haben so große Augen und sagen, was macht er denn? Erstmal, wer bist du? Du bist Mediziner, wenn ich richtig das verstanden habe, vom Titel her. Wie bist du zu der ganzen Thematik gekommen? War das von Anfang an in deinen jungen Jahren schon eine Zielrichtung für dich? Oder wie hat es dich gepackt, so ein tolles System zu entwickeln? Überhaupt nicht. Ich komme eigentlich aus der Naturheilkunde, chinesische Medizin, tibetische Medizin. Bin da auch förmlich reingerutscht als schon Erwachsener, habe dann ein Studium und alles nachgeholt und gesehen, es braucht eine Veränderung. Ich bin überzeugt, dass Medizin eine gute Sache ist, definitiv. Aber ich habe gesehen, in der Alternativmedizin, ich war lange mit dem Dalai Lama auch zusammen, habe gesehen, da braucht es noch etwas anderes. Und daraus haben wir eigentlich so ein bisschen eine Vision entwickelt. Wir ist immer, mein Bruder, ich, ein paar Leute rundherum, bis sich heute ein ganzes System geformt hat, wo wir eine Vision haben. Die Vision heisst Hilfe zu Selbsthilfe. Also entgegen von, hast du noch ein Problem mit deinen Ohren oder mit deinem Darm, dann reparieren wir das wieder, sondern hingehen und sagen, übernimm die Verantwortung für dich, für deine Gesundheit und in dem Fall per Definition für dein Wohlgefühl lieber selber. Also das heisst, es geht in die neue Richtung. Ich erlebe das immer mehr, dass Menschen zu mir in die Sendung kommen, die sagen, nee, nee, ich kann nichts heilen, es geht auch nicht ums Produkt. Es geht darum, dass die Menschen vielleicht so eine neue Lebensphilosophie als Information bekommen, dass sie sich in eine andere Richtung orientieren können. Jetzt haben wir ja in unserer Welt viele, viele Faktoren, die jetzt gerade nicht unserem Wohlbefinden zuträglich sind. Umfasst ihr das ganze Spektrum, ich sage mal, das alte Thema wieder, Seele, Geist und Körper, das sind ja drei Einheiten, die es zu betreuen gilt? Seid ihr eine Kur? Was macht ihr? Wie muss ich mir das Wirken von I like vorstellen? Also wir sind allumfassend und wir können alles. Man braucht niemand mehr was anderes. Das ist natürlich völliger Mist. Wir können nicht alles, wir versuchen nicht alles zu können. Wir sind uns aber auch dessen bewusst, dass Wissenschaft nur der aktuelle Stand des Irrtums ist. Und dann glauben wir, dass wir jetzt einen guten Stand dieses Irrtums haben. Und mit dem, was wir tun, ist, wir stellen verschiedene Produkte her, selbstverständlich. Aber wir helfen Menschen auch in Schulung und Ausbildung, ganzen Ausbildungskonzepten auf einen Weg zu kommen und nicht von uns abhängig zu werden, sondern sich selber zu erleben, zu spüren und vielleicht auch einen Schritt weiter in ihrem Denkweise zu kommen. Weil das Denken ist ja das, was uns leider am meisten einschränkt. Also die Idee hinter dem I like ist, wirklich immer wieder mich selber erleben, mich selber erfahren. Und die Problematik ist einfach, weil seit 30 Jahren machen wir das, in der Vorbereitung seit viereinhalb Jahren mit I like, dass viele Menschen sich nicht mehr helfen können. Ich glaube einfach, dass ganz viele Menschen heute in einem Zustand sind, wo sie einfach hörig sind und nicht mehr über ihren eigenen Geist befinden können. Das ist meine Vermutung. Ich bin da nicht sicher, weil sicher kann sich so niemand sein, außer jemand, der spirituell hochbegabt ist, was wir versuchen auch mit zu integrieren. Und darum gehen wir den Schritt und sagen, wir müssen die Wissenschaft, die es wohl gibt, die auch eine gewisse Berechtigung hat, aber die spirituelle und die energetische Information versuchen zu vereinen. Wir haben bei uns Menschen in diesem Team, in dem Wissenschaftlichen Beirat, in dem Erklärungsbeirat, das sind ganz einfach, aber sehr spirituelle Leute, die hochbegabt sind, Schutzkreis-Sitzungen zu machen, vielleicht mal Zahntechniker gelernt haben, aber heute ganz was anderes tun, bis hin zu Menschen, die zwei Professor- und sieben Doktortitel haben. Und das ist die Idee und der Gedanke bei I like, möglichst viel Wissen zusammenzubringen, so dass wir zur Verfügung stellen können, dass derjenige, der sagt, ich will, I like Produkte oder Techniken oder was auch immer anwenden oder Bücher lesen, die wir veröffentlichen, dass er einen Schritt weiter kommt und sich selber helfen kann. Also immer die Idee, Hilfe zu Selbsthilfe, absolut im Vordergrund. Du hast in deiner Erklärung eben einen Satz gesagt, die Menschen können sich gar nicht mehr helfen. Wo ist das Problem? Ist das Problem, dass ihnen die Information fehlt? Ist das Problem, dass sie zu sehr manipuliert werden? Wir kennen ja dieses ganze Mainstream-Thema. Oder ist es die Information, dass es erst heute möglich war, dieses System, du hast ja zwei Komponenten genannt, einmal das klassische Produktebene und einmal das Feinstoffliche, das Spirituelle. Wo liegt die Hauptproblematik? Oder sind wir zu sehr verblödet in unseren Glaubensmustern und Konditionierungen? Ich kenne den Satz, das haben wir schon immer so gemacht. Ja, 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 klar. Wo liegt denn das Hauptproblem? Wenn es das Problem einfach zu beziffern wäre oder zu benennen wäre, mit einer Zifferzahl oder mit einer Technik, wären wir wahrscheinlich die Kings. Da wären wir die Einzigen, die das könnten. Das wird nicht so einfach sein, aber die Herausforderungen sind anders. Lieber Norbert, überleg dir einfach mal, wir haben vor 150 Jahren noch eine Milliarde Menschen gehabt. Wir haben jetzt aktuell 8,2 Milliarden Menschen. Wir haben ein Regime und ein System im Hintergrund, was sehr manipulativ ist. Wir sind ja jetzt im sogenannten digitalen Zeitalter, also die sechste Metamorphose, was ja gar nicht wahr ist. Wir sind nicht im digitalen Zeitalter, sondern das digitale Zeitalter ist schon da. Das wird sich nicht mehr die Frage stellen, ob das zurückgehen kann. Das geht nicht. Wir sind schon in der siebten Dimension drin. Also jetzt geht schon die nächste Metamorphose los. Das ist das totale Kontrollzeitalter. Das heisst, irgendjemand im Hintergrund, ich glaube, das wollen wir uns heute nicht philosophieren, irgendjemand, Organisationen, Strukturen, Systeme wollen, dass diese Menschheit auch geführt wird. In welchen Formen auch immer. Da gibt es auch ganze Länder, die sagen, Juhui, zum Glück werden wir geführt. Ich meine, früher hieß es schon, gebt ihnen Brot und Spiele, dann sind sie zufrieden. Und da bin ich der Meinung, wir sind heute in dieser hochtechnologisierten Systeme in einer Abhängigkeit. Das ist furchtbar. Ich habe gerade einen Gesundheitsbericht gelesen, wo es darum geht, wohin geht die digitale Gesundheit in Zukunft. Und da geht es 99,9% nur darum, zu analysieren, was stimmt in deinem Körper physikalisch oder physisch oder medizinisch. Momentan gerade nicht. Also mit Uhr messen, abchecken, was auch immer. Und ich sehe immer mehr junge Menschen vor allem auch, die hingehen und sagen, super, was soll ich mich um meine Gesundheit kümmern. Der Computer sagt es mir ja. Fatal. Der Computerhausarzt kommt. In fünf Jahren werden die ersten Hausarztmodelle soweit sein. Da gehst du auf dem Land in eine Maschine rein und der Computer analysiert dich dann technisch komplett und sagt am Schluss, dein Problem ist das. Die Frage ist, was analysiert er? Stoffwechsel. Wo ist der Mensch? Die Menschlichkeit bleibt völlig auf dem Weg. Und dann am Schluss, wer füttert diese Maschine mit Wissen? Wer holt sich dieses Wissen zurück? Und wer darf denn noch die Medikamente dazu liefern? Also da kommt plötzlich eine Polarisierung von Manipulation zusammen, die medizinisch verständlich ist. Absolut, ich sehe die seit ja auch. Aber ganz gefährlich ist, weil die Menschen immer mehr, und wir sind immer intensiver in dem System drin, kommen wir aus der chinesischen Medizin. Da ist ja die Grundlage anders so, dass der Gesunde den Mediziner zahlt, solange er gesund ist. Und bei uns ist es ja gerade umgekehrt. Ich zahle die Medizin, wenn ich krank bin. Also müssen wir mal ehrlich sein, was ist die Idee von Pharmamedizin, was auch immer. Ich will die nicht schlecht machen, aber einfach klar ist, die Vision von ihnen ist, kranke Menschen zu produzieren, um die gesund zu machen oder eben mindestens abhängig. Das ist ein starkes Wort, was ich jetzt gesagt habe. Ich will niemandem bösen Willen unterschieben. Aber ich glaube auch, die Leute, die in dem System drin sind, in diesem Energiesystem drin sind, die wissen gar nicht mehr, was sie tun. Und der nächste Schritt ist jetzt das Thema Frequenzen. Wir leben in einem Luftmeerbereich, also in einem, nicht Wasser, sondern wir leben oben, oberhalb des Wassers. Was da mit dieser Luft, mit Frequenzen, mit Sendefrequenzen gerade passiert, derzeit, ist unglaublich. Und da verstehen viele Leute noch gar nicht, um was es geht, obwohl es verständlich wäre, aber die Wissenschaftler, die das verstehen, niedergehalten werden. Und das ist gefährlich. In der Thematik, wenn ich mir das so vorstelle, dass irgendwann nicht mehr ein Mensch, also ein Mediziner vor mir sitzt, egal welcher Couleur, sondern ich vor meinem Computer stehe und es gibt ja schon diese Future-Filme, wo man das sehen kann. Und der das versucht, wo ist denn dann unsere Spiritualität? Also die andere Seite sagt ja immer, Mensch, erkenne dich selbst, spüre, wer du bist, agiere mit den spirituellen Möglichkeiten und den Schwingungen und so weiter. Das sind ja zwei vollkommen konträre Entwicklungen. Völlig. Ich meine, das eine, wenn ich mich einlasse, dass letztendlich Maschinen mein Leben bestimmen, bin ich dann noch ein Schöpferwesen? Dann bin ich doch eigentlich schon nicht mehr Mensch, weil ein Mensch ist doch nicht Sklave. Und wie will das denn funktionieren, wenn ich doch Individuum bin? Also wenn jetzt zehn Menschen mit Magenschmerzen vor dem Computer stehen, kann das zehn ganz unterschiedliche Gründe haben. Weiß das der Computer auch? Der Computer wird höchstens über Blutanalysen und so weiter sagen können, die und die Tendenz geht, so gehen wir mal in die Medikamentierung. Aber du weißt es selber bestens, dass jede Gesundheit basiert auf Emotionen. Und das ist natürlich der Bereich, was nicht möglich ist. Also wenn du in den Transhumanismus reingehst und mal schaust, Professor Benedikt dazu hörst und so weiter, was da kommt, was da alles auf uns zukommt, muss ich schon sagen, da habe ich schon ein bisschen Angst. Ich finde aber die Aussage von Benedikt etwas Geniales. Wenn du sagst, die Google forscht ja danach, das Genom zu finden oder die Information zu finden, dass wir unsterblich werden können oder die Gesundheit kaufen können. Wenn das möglich ist und stell dir mal vor, du hättest mit 15 Jahren die Vision gekriegt, du kannst so so 1.000 oder 10.000 Jahre alt werden. Das ist überhaupt kein Problem. Was für eine Motivation hättest du mit 15 gehabt, um zu forschen, um zu studieren oder um zu arbeiten oder irgendetwas? Du hättest ja in dem Zustand sagen können, das mache ich dann in 100 Jahren mal, schauen wir mal. Ich habe ja Zeit. Was für eine Dekadenz würde ausbrechen. Das ist schlimm. Die Endlichkeit des Lebens macht absolut einen Sinn. Auch wenn es verrückt ist, wenn man geht. Natürlich, aber über das wollen wir uns sicher auch nicht unterhalten. Aber uns geht es ja darum, was passiert jetzt gerade. Und jetzt ist seit 20 Jahren die Digitalisierung so stark hochgekommen. Wenn ich sehe, was für Satelliten das oben sind, welche Frequenzen das da reinkommen. Und wenn ich dann sehe, wie die Politik und die Wissenschaft argumentiert und sagt, macht ja nichts. Wegen dem bisschen Strahlen tut ja nichts. Wenn man eine lebendige Zelle, ich meine, sind wir ehrlich, wie wird ein Elektrosmog heute gemessen? Indem, dass man schaut, wenn ein Gerät eingeschaltet ist, ein Meter nebenzu ein Thermometer ist, wenn es nicht mehr als ein Grad drauf geht, macht es nichts. Das ist dasselbe, wenn ich dich mit einem Thermometer im Popo nach Tschernobyl schicke und sage, wenn du kein Fieber kriegst, macht es nichts. Dann würdest du auch sagen, das habe ich mit dem falschen Instrument gemessen. Das wollte ich gerade sagen. Elektrosmog ist genau dasselbe. Das ist das falsche Instrument. Das Luftmeerbereich, das geht kaputt, das wird verschmutzt ohne Ende. Und das Problem ist, viele Menschen können sich dessen nicht mehr wehren. Die wissen gar nicht, was ihnen geschieht. Und jetzt kommen wir wieder an den Ursprung von deiner Frage. Glaubst du, dass das erst jetzt möglich ist? Oder was ist denn dieses Nicht-mehr-selber-denken-Können? Das ist Manipulation, aber meistens im Ungewissen. Also die Leute, die das machen, wissen häufig gar nicht, was sie mit den Menschen tatsächlich tun. Wir haben heute seit 20 Jahren so einen neuen, modernen Einfluss. Da braucht es Veränderung. Nicht nur Elektrosmog. Auch viele andere Bereiche. Die Haut, das grösste Organ des Menschen. Der Darm. Seit Darm mit Charm wissen wir, der Darm, aha, da muss man drauf schauen. Das ist für uns kalter Kaffee. Wir arbeiten mit Refix-Meyer-Kur-Thematiken und so weiter. Wir entwickeln da sogar weiter, weil es wichtig ist, dass die Menschen sehen, Immunsystem hat im Fall nicht nur etwas mit einer Antibiotika-Tablette zu tun, sondern mit dir selber, aber meistens mit deinem Mind, mit deinem Bewusstsein. Jetzt hast du das ja sehr breit erklärt, wo wir gerade stehen. Und zwischendurch fallen immer wieder die Worte Schwingung, Frequenz. Ich habe den Eindruck jetzt so gewonnen in den letzten paar Jahren, dass wir da eine große Wissenslücke haben. Die Menschen können mit den Worten nichts anfangen. Und wenn du zu einem sagst, ja, alles ist Schwingung und Frequenz, guckt er dich an wie ein Auto und sagt dann, ja, er meint wahrscheinlich, das Radio hat Frequenzen und mein Fernseher weiß ich, da gibt es UHF und wenn ich da Sendesuchlauf mache, dann sucht der die einzelnen Frequenzen. Werden wir dumm gehalten, dass gar nicht die Informationen, weil ich weiß ja heute durch viele meiner Gäste, dass alles eine gewisse Frequenz und dass alles verdichtete Energie oder schwingende Energie ist, also dass eigentlich die gesamte Ursache im Frequenzbereich liegt. Und da gibt es natürlich uns Zuträgliche und uns weniger Zuträgliche. Also wir wissen, dass man mit Frequenzen ein ganzes System abschalten kann. Wenn ich die richtige Frequenz auf deinem Hirn takte, bleibt das Gehirn stehen und das war's. Ist dort noch viel, viel nachzuholen, dass der Mensch sich nicht als, sag ich mal, rumhopsenden Fleischberg versteht, sondern als ein Wesen, was an ganz feinen Strukturen hängt. Müssen wir da nachholen? Ja, die Problematik liegt ja eigentlich in der Naturwissenschaft. Also in allen wissenschaftlichen Gebieten, die es heute gibt, wird ja eigentlich egal wo immer alles auf der Basis von Messbarkeit verifiziert. Also man forscht, was man messen kann, was man übertragen kann, was man sehen kann, was man zeigen kann, was man nachvollziehen kann. Das kann man messen. Ja, was messbar ist, ist dann wahr. Jetzt hast du mir im Vorfeld gesagt, du hast Kinder. Du hast drei Kinder. Liebst du deine Kinder? So wie alle anderen Menschen auch, ja. Genau. Wie misst du das? Naturwissenschaftlich. Und jetzt kommt die Naturwissenschaft an Grenzen. Die Naturwissenschaft sagt bestenfalls, ich kann die Chemie, die Reaktion von dir auf deine Kinder oder auf eine hübsche Frau oder was auch immer zeigen. Herzfrequenz, Weißbildung und so weiter. Was ist denn die Emotion? Die Emotion kannst du nicht messen. Das geht nicht. Und ich sage meinen Vorträgen den Leuten gerne, du bist ein Body, ein Körper. Du hast Sinne, du siehst, du hörst, du riechst, du nimmst wahr. Aber das bist doch nicht du. Du bist doch ganz was anderes. Ich sage den Leuten immer, du bist da hinten und sitzt und steuerst diese Maschine. Und das ist aber nur dein Bewusstsein. Und jetzt kommt dieses Unterbewusstsein, was ja eine Milliarde Takte pro Sekunde scheinbar laut Günther Haftfelder ins Hirnforschnungsinstitut macht. Und das nimmt alles wahr, nicht nur das, was du jetzt gerade momentan wahrnimmst. Also wenn ich dir sage, spür mal deine kleine linke Zehe, kannst du das jetzt bewusst wahrnehmen. Vorher hast du es nicht. Dein Unterbewusstsein hat es aber vorher auch schon wahrgenommen. Ich wollte gerade sagen, aus den ganzen Definitionen möchte ich noch einen anderen Begriff mit hineinbringen. Was ist denn mit dieser Thematik, das kennt glaube ich jeder, ich komme irgendwo hin, treffe irgendjemanden, gehe in Resonanz mit jemanden und plötzlich kommt die Aussage, ich fühle mich wohl oder ich fühle mich unwohl. Ist das diese Komponente, auf die wir mehr in unserem Leben eingehen müssen? Toll. Hat mit Spiegelneuronen, jetzt können wir in die Medizin, Physikmedizin reingehen. Was ich ausstrahle, kommt bei dir an. Ein Drittel davon spiegelst du zurück, zwei Drittel bleiben bei dir. Wie nimmst du es wahr, positiv oder negativ? Was sind die Frequenzen, die Informationen, die positiv für dich sind und negativ für dich sind? Weil jemand, der mir negativ kommt und das Gefühl hat, den mag ich nicht, kann es dann, dass der Nächste kommt und sagt, das ist so sympathisch. Dann muss ich mich fragen, bin ich jetzt falsch? Nein, die Frequenzen, die Modelle stimmen nicht aufeinander. Jetzt können wir versuchen, das anzupassen. Der Käufer und der Bankangestellte muss das machen. Oder wir können uns wie vorher auch mal fetzen und sagen, Moment, ich bin nicht der gleichen Meinung. Und das gehört auch zum Anpassen der Frequenzen, bis wir irgendwann sagen können, wir fühlen uns wohl. Was du gesagt hast, Wohlfühl ist per Definition Gesundheit. Da habe ich noch eine Frage dazu. Jetzt bringe ich das Spielfeld Individuum noch dort hinein. Alle Systeme haben ja immer einen Haken. Sie berücksichtigen oder können gar nicht berücksichtigen die Individualität des Menschen. Es hat mal Stoffwechsel war ja so ein Thema, was man gehört hat. Das würde ja bedeuten, wenn ich jetzt sage, das und das ist so und so, dass alle Menschen der gleiche Stoffwechsel haben. Aber da wissen wir ja schon, da brauchen wir bloß ins Internet gehen heute. Stimmt nicht. Ein Chineser zum Beispiel, dem fehlt ein Enzym, dass der gar keine Milch verarbeiten kann. Also kann der gar nicht der gleiche Stoffwechsel haben, wie jetzt ein Zentraleuropäer, sage ich mal, oder Südamerikaner und so weiter. Wie berücksichtigt I like denn die Individualität des Menschen? Weil wenn ich jetzt hineinkomme und sage, du, wenn ich das höre, fühle ich mich nicht wohl, kann mein Beweggrund ja ein ganz anderer sein, wie wenn die Kollegin oder der Kollege kommt eine Stunde später und sagt, das Gleiche zu dir, muss aber nicht ihr Beweggrund der Gleiche sein wie meiner. Wie geht denn da I like darauf ein? Gibt es da gewisse Dinge, wo ich sage, Moment mal, wir checken erst mal, wer du bist. Richtig, Norbert. Wichtig ist ja der Anfangssatz, den ich versucht habe reinzubringen. Wir versuchen den Menschen die Kompetenz zu geben, sich selber zu therapieren oder nicht zu therapieren, sich selber zu helfen, sich selber in die Gesundheit zu bringen. Weil wir wissen ja bekannterweise, wir haben 21.000 Krampkeiten, aber wir haben nur eine Gesundheit. Und wir wollen eigentlich nichts anderes als die Gesundheit fördern. Wir sind überzeugt, falsch, wir wissen, dass es so ist, dass der Körper sich selber heilen und regulieren kann. Punkt. Nicht, wenn ich dir jetzt dein Bein breche und das alles rausklafft und das Blut runterläuft, da kann ich nicht sagen, hilf dir mal selber. Da braucht es eine Notfallmedizin, das ist okay. Aber der Rest deines Körpers kann selber. Und jetzt kommt eben wieder diese Feinheit, wenn er es kann. Die Frage ist, der meint, kann der das? Kann dein Unterbewusstsein das wirklich helfen? Hat er Zugang auch zu spirituellen, hat er Zugang zu weiteren Informationen, höheren Informationen? Und vor allem, kann dein Körper, dein Stoffwechsel das wirklich? Ich weiss, dass du der Überzeugung bist, er kann das sowieso selber. Wenn ich ihm die Informationen gebe und genügend Licht gebe, dann kann er alles. Das ist wahr. Aber wir sehen halt auch auf der Strasse, dass ganz viele Menschen da sind, die sagen, nicht umsetzen können. Wenn ich denen sage, ja, geh doch mal meditieren, sage ich so, Mist, ich gehe zum Arzt und hole mir eine Tablette. Und die wollen wir von der Strasse holen und sagen, nein, nimm doch mal ein Kurkuma-Extrakt in einer Rezeptur, die deinem Körper hilft, Entzündungen zu regulieren. Nimm mal ein Goldserum, um dein grösstes Organ, deine Haut, wieder in Schwingung zu bringen und zu spüren, was deine Organe machen, wenn die Haut wieder in Ordnung ist und dein Darm wieder in Ordnung ist. Ein FX-Maya-Kur, nicht um abzunehmen, sondern um mich wieder wohlzufühlen, meinen Stoffwechsel wieder zu aktivieren, meine Verdauung, meine Entschlackung zu aktivieren. Und ich hätte am liebsten laute Menschen, dann mache ich morgen die Firma I Like wieder zu. Laute Menschen, die sagen, ich kann das alles selber und ich weiss auch wie. Punkt. Und wir können nur die Informationen rausgeben, oder wir brauchen es gar nicht mehr, sondern alle hätten den Anschluss. Aber das ist eben nicht so. Genau, wir wissen ja einmal, das Thema sind immer wieder unsere Glaubenssätze und Konditionierungen, hast du ja eben im Beispiel gebracht. Und jetzt kommt das Zweite, wo viele gleichsprechend, die schon Gast bei mir waren, die immer wieder sagen, Leute, ihr habt einen physischen Körper und dann, wenn alles geistig zu lösen wäre, gibt es ja gar keine physischen Probleme, sage ich. Dann macht ihr die Augen so, stellt euch vor, wie es sein soll, bumm, die Boing, ist es so. Seht man in der Realität? Funktioniert nicht, sonst wären die alle gut drauf. Ergo, heißt es, wir brauchen ja diese Brücken, diese Dinge in der physischen Ebene. Ich sage jetzt mal als Beispiel, eine Nahrungsergänzung, ein Supplement, ein Wasser. Wasser vitalisieren. Ja, gehe ich morgen hin und sage, du bist ein Geistwesen, Geistwesen brauchen kein Wasser, dann trink doch mal drei Tage kein Wasser, dann werden wir sehen, was passiert. Da bin ich sehr dankbar, jawohl. Wir sind ja inkarniert in einen Stoffwechselprozess rein. Ja. Wir sind ein biochemisches System, wir sind ein chemischer Sackpunkt. Es ist einfach so. Jetzt können wir natürlich hingehen und sagen, wer spirituell begabt genug ist, muss sich darum nicht kümmern. Ja, aber die Menschheit ist nicht aller spirituell begabt. Und jetzt kommt eben der zweite Problematik dazu, was du am Anfang korrekterweise gefragt hast, sind denn die Einflüsse heute anders? Es ändert sich so kapital viel. Und ich zeige dir einfach, es ist einfach so, wir können nicht so schnell mutieren, wie momentan Digitalisierung, Kontrolle und so weiter. Zack, 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 zack. Der Körper braucht Generationen, um sich anzupassen. Da kann ich Beispiele ohne Ende. Schau mal, ich habe da noch Brusthaare. Wir Männer haben Brusthaare. Für was haben wir noch Brusthaare? Wir haben doch nicht mehr kalt. Der Körper braucht jetzt ein paar Generationen noch, vielleicht in 500 oder 1000 Jahren kommen Männer auf die Welt, die haben keine Brusthaare mehr. Weil der Körper hat es dann irgendwann mal gelernt. Auch das bräuchten wir eigentlich nicht mehr. Ja, was soll das? Eine Krawatte werden. Das macht uns ja Arbeit jeden Tag. So, und jetzt wissen wir, das brauchen wir nicht mehr. Der Körper lernt, braucht seine Zeiten. Digitalisierung ist 20 Jahre. Das so schnell kann, wenn wir in die Epigenetik reingehen, so schnell kann nichts lernen. Das geht nicht. Das heisst, mein Körper ist plötzlich mit neuen Einflüssen konfrontiert. Ernährung, die ganzen Energydrinks, all die Aluminium, all die Säuren, die wir konsumieren, all das, was da reinkommt in meinen Körper, Elektrosmog im Umfeld, das belastet den Körper wirklich. Und wer top ist und stark ist und stabil ist, können wir Zellen ja messen, 70 bis 100 Millivolt, wenn eine Zellspannung im ganzen Körper auf dem Niveau ist, dann tut dir das nichts. Bist du voller Kraft und Elan und alles läuft. Aber wenn die Zellspannung halt runtergeht, dann bist du anfällig, dann wirst du krank und dann suchst du die Medizin, die reparieren kann. Und die gehört auch dahin. Lassen wir die einfach. Ich möchte aber die Leute abholen und sagen, weisst du was, wenn du noch auf diesem Niveau fuhren, ist okay, aber sollte vielleicht besser sein, dann schieben wir dich wieder drauf. Wir helfen dir. Es gibt ein paar so Tools, Möglichkeiten. Wir haben die bei Ilike entwickelt. Wir produzieren die. Es gibt auch andere selbstverständlich, die ich auch in veröffentlichten Vorträgen gerne unterstütze, dass man wieder in die Kraft kommt. So zum Beispiel, geh doch jeden Tag eine Stunde barfuß spazieren, auch wenn es kalt ist. Und zwar im Wald, auf Waldboden. Weil in dem Raum drin, wo wir sind, sind wir immer kukunt. Wir sind immer abgeschirmt vom elektromagnetischen Feld. Also der Erdmagnetismus fehlt mir in jedem Raum drin. Und dann trage ich noch so die Gummisohle und der Maltwandschuh. Und dann fahre ich noch Auto oder Zug oder Bahn. Noch schlimmer fliegen und was auch immer. Mein Körper ist vom elektromagnetischen Feld dauernd abgeschnitten. Und ich frage mich, wieso, dass ich irgendwann ein Burn-Auto habe. Und dann kommen ja noch viele Dinge, was die Menschen einfach nicht wahrnehmen und was ihnen keiner erklärt. Also ich unterbricht mich, wenn ich etwas Falsches sage. Ich möchte zusammenfassen. I Like hat sich zur Aufgabe gemacht, auf den Ebenen Körper, Geist und Seele Lösungen zu finden, die man dem Individuum mitgeben kann, um sich selbst auf einen Level zu bringen des Wohlfühlens und des Gesundseins. Das kann ich fast ganz unterscheiden. Also ergo... Aber Seele, Geist, Körper. Bin ich d'accord? Ich bin lernfähig. Also, bedeutet letztendlich in der zweiten Hälfte und liebe Zuschauer, gleich sind wir am Ende unserer ersten Hälfte in der Sendung. In der zweiten werden wir auf die drei Hauptzielsetzungen von I Like eingehen. Wir werden am Ende der Sendung Ihnen einen Widescreen einblenden, wo eine weitere Information drauf ist über ein neues Druckwerk, was jetzt erscheint, wo Sie viele Informationen bekommen. Und der Alfred wird uns noch einmal die Hauptprodukte zeigen, die zum Beispiel so einen Ansatz geben. Das heißt, Hauptprodukt ist immer eine große Definition. Sehen Sie einfach als Produkt zu unterschiedlichen Anwendungen. Worum geht es? Es geht uns einfach darum, dass wir nicht ohne das Thema der Materie handeln können. Ich höre ja viele Menschen, die immer wieder kommen und sagen, ach, das brauche ich alles nicht mehr, ich hole mir alles aus der geistigen Welt. Dann erlebe ich dann ein halbes Jahr später, dass sie krank sind. Warum? Weil in ihrem Körper keine physische Resonanz mehr da ist. Und viele haben den Vortrag gehalten, wenn du ein Mineral physisch nicht mehr im Körper hast, weil du es wegrandaliert hast durch deine Lebensweise, nützt dir die Information nichts, weil sie keine Resonanz mehr hat. Und das gilt es zu verstehen. Er sitzt mir gegenüber und nickt. Und dann sage ich schon, das ist das, was die größte Herausforderung in unserem Zeitalter ist. Wir müssen uns von der Materie etwas lösen, etwas, und die geistigen und seelischen Dinge mit da hineinbringen. Und ich glaube, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Und da, glaube ich, wollen wir in der zweiten Sendungshälfte noch ein bisschen drauf eingehen. Wir haben jetzt dem Zuschauer erklärt, Was ist iLike? Warum ist das entstanden? Wo geht es hin? Und in der zweiten Hälfte werden wir so speziell, was tut iLike für die Menschen? Wo kann der Mensch sich bei iLike einfügen? Und sehen, Mensch, da habe ich ein fortwährendes Informations- und Wissenstool. Viele tolle Menschen stehen dahinter. Kommen wir auch noch kurz drauf in der zweiten Hälfte. Und dann sehen wir, dass das eine ganz sinnvolle und logische Entwicklung ist, die mit unserer Zeit und mit dem Menschen agiert. Kann man so stehen lassen? Sehr gut. Danke vielmals. Also, meine Lieben, dann verabschiede ich mich. Wir gehen ganz kurz in die Werbung. In wenigen Minuten sind wir wieder für Sie da und geben Ihnen noch die Informationen, die Sie brauchen, um mit iLike auch einen Weg des Lächelns zu gehen. Bis gleich nach der Werbung. Wir gehen ganz kurz in die Werbung. So, meine Lieben, wir sind wieder zurück. Bei mir heute zu Gast Dr. Alfred Gruber von einer für mich sensationellen Firma, Organisation, nenne ich es, weil viel mehr dahinter steht als nur das Unternehmen iLike. Und wenn Sie dieses Wort hören, und ich habe hier die Visitenkarte, da ist auch die Blume des Lebens drauf. Und da sagt es mir eigentlich schon, ich liebe das Leben und wer das Leben liebt, der achtet auf sich sowohl seelisch, als auch geistig, als auch körperlich. Wir haben in der ersten Hälfte jetzt so das ganze Thema für die Zuschauer definiert. Woher kommt es, der Gedanke, was tut iLike, wer ist mit drin? Du hattest von einem wissenschaftlichen Beirat gesprochen. Wozu braucht ihr den? Weil, ich meine, alles, was du jetzt während der Sendung gesagt hast, kann ich unterschreiben, kann ich sagen, jawohl, das sind die Richtungen so, Weg geht ein bisschen vielleicht so mal, der andere geht so, egal. Aber im Grunde sind wir uns komplett einig. Wozu braucht ihr den wissenschaftlichen Beirat und wer ist da drin? Darfst du das mitteilen? Ja, klar. Jetzt könnte ich jetzt eigentlich gerade mir überlegen, ob ich die nicht wieder alle rauswerfe. Vielleicht brauchen wir es ja gar nicht. Klar brauchen wir das. Wir sind der Überzeugung, es macht Sinn, Wissenschaft und Naturheilkunde und so weiter miteinander zu kombinieren. Also die Idee von iLike ist ja wirklich, möglichst viele Leute da reinzubringen, die ein gutes Fachwissen haben, auch wirklich ein akkreditiertes Fachwissen haben, aber auch ein gutes Gefühl haben. Und das sind, wir hatten jetzt gerade einen Prozess zu Dr. Korakow bei uns, kennen auch viele Leute von Kirlian natürlich. Da gibt es auch ein schönes Statement von ihm, auf unserer Webseite kann man das anschauen, zwei Minuten, was er an wissenschaftlicher Arbeit mit reinbringt, mit seinen ganzen Messmethoden. Wir kennen, oder bei uns gehört auch der Rasmus Gaub, der Diplom-Ingenieur Rasmus Gaub, von Emoto ja rein, dem hat das Emoto-Labor heute gehört auch. Da gibt es andere Haftfelder, Hirnforschungsinstitut und so weiter. Wir sind auch integriert in zwei Universitäten, die sich sehr naturheilkundlich orientiert weiterentwickeln. Also auch da versucht man auch europäische Bewegung reinzubringen, zu sagen, es muss nicht immer Chemie sein. Man könnte auch mit natürlichen Hilfsmitteln sich mal selber helfen. Auch da geht es in den Weg. Aber ihr habt keine Berührungsängste, ihr negiert auch nichts, ihr nehmt das gesamte Spektrum, ich sag mal, von der Homöopathie, Heil, Naturkunde, bis rein, ich sag mal, heute in Schwingungsmedizin, in alle möglichen Dinge, die da mit Medizintechnik gemacht werden können. Ihr lehnt nichts ab. Für euch ist das gesamte Spektrum da, um zum Wohle des Menschen zu agieren, sag ich mal so. Und ihr schaut euch einfach an, aus den einzelnen Bereichen, was wären unserer Meinung nach die richtigen Komponenten, dass der Mensch wieder in seine Kraft kommt, gesund ist. Und der tolle Satz war, selbst, selbst, dass nicht wieder der Guru da steht und sagt ihm, was er zu tun hat. All diese Techniken, all diese Wissenschaftler, die dabei sind, wir arbeiten auch sehr viel mit Selbststudien. Wir haben ja 14.000 Berater, gesamteuropäisch, wir haben noch 100.000 von Endkunden. Wir versuchen auch viel von den Endkunden zu erfahren. Also empirisch hingehen und sagen, wenn du das machst oder tust, was erlebst du dabei? Weil die Wissenschaft selber ja häufig in einem Scheuklappensystem ganz gezielt ihren Weg geht. Wir wollen das wirklich breit. Und die Naturheilkunde, ich komme aus der chinesischen Medizin heraus, sagt ja, die Chinesen haben Kräuterrezepturen so erfunden, dass sie gesagt haben, wir haben 1.000 Kranke, wir geben ihnen mal die Medizin, 900 sterben, das war die falsche Medizin. Versuchen wir es weiter, bis wir nur noch 5 haben, die sterben, und 995 nicht mehr, dann haben wir wohl die richtige Kräuterrezeptur erfunden. Das ist auch die keltische Medizin, die 8.000 Jahre alte keltische Medizin, die es ja bei uns gab, war auch eine Erfahrungsmedizin. Ich habe die höchste Achtung vor den kältenden Druiden, weil die Spirituellsten vielleicht überhaupt waren, weil die gesagt haben, egal was, die Bäume erzählen mir alles. Und da war noch nie Verbindung da, das ist ja immer das, da der Mensch so abisoliert ist. Wir hatten es vorher gehabt, Wald, spazieren gehen, nackte Füße, das habe ich glaube ich in den Sendungen jetzt schon 100 Mal den Leuten versucht nahezubringen, warum das so wichtig ist. Aber wie gesagt, wir sind Überzeugungstäter alle, wir sind alle strukturiert, wir haben alle gewisse Vorstellungen in unserem Kopf, die wir mal löschen müssen. Und jetzt sitzen natürlich die Leute vor den Bildschirmen, hören das alles, finden das wahnsinnig toll, dass es endlich mal was gibt, wo nicht ablehnt, wo nicht sagt, nein, wir wollen das nicht und das nicht und das nicht. Sondern die sagen, wenn es Sinn macht, ist das für jeden richtig. Jetzt wollen die Zuschauer natürlich wissen, wo kann ich denn von dem wissen, was ihr jetzt alles zusammengetragen habt, von den Informationen und Erfahrungen partizipieren. Wie kann ich als Zuschauer, der jetzt das gesehen hat, ansetzen und kann sagen, okay, das ist für mich anscheinend der Weg, den ich für richtig halte. Wie kann ich jetzt zu euch kommen? Es gibt natürlich viele Möglichkeiten. Wie gesagt, 14.000 Berater, die Hälfte davon sind therapeutisch orientiert, also von Unikliniken bis hin zu Heilpraktikern, zu Manualtherapeuten. Aber auch ganz viele andere, die kommen von verschiedenen Berufen, von verschiedenen Wegen her und sagen, wir wollen auch in die Beratung eintreten und da kriegen die von uns auch Unterstützung. Wir haben ein ganzes Ausbildungskonzept im Hintergrund, wo die Leute mitmachen und partizieren können. Mit der Idee, immer wieder andere Wissenschaftler, jetzt kommt der Dr. Sartor mit der FX-Meyer, FX-Balast-Thematik und so weiter, wo man dann auch ganze Schulungen und Ausbildungen mit geniessen kann. Immer mit dem Hintergrund, wir wollen nicht irgendjemanden heilen, sondern immer die Idee, jeder soll mit seiner Fähigkeit als Therapeute oder als Berater von I Like dem Menschen beibringen, nimm es selber in die Hand. Und da gibt es bei I Like ein paar Tools, ein paar Möglichkeiten, mit denen es vielleicht einfacher geht. Oder wenn man schon in diesem Scheuklappensystem drin ist, von voller Dröhnung, WLAN, 5G und alles drum und dran, wie kriege ich denn meine Resilienzfähigkeit überhaupt wieder hin? Und da gibt es ein paar Tools, ein paar Möglichkeiten, wenn ich darf, sage ich eins oder zwei oder was auch immer und erkläre was davon, eins davon trage ich gerade selber an mir, da muss ich schauen, dass ich jetzt nicht das Mikrofon wegreise, das ist das weltkleinste pulsierende Magnetfeldsystem. Wow, dreh es einmal ein bisschen, dass Sie da das Ganze sehen. So ist das Gerät. Ist ja spannend. Das ist elliptisch. Aus was ist das? Das ist aus Birkenholz, Birkenholz ist nach der kinesischen Medizin aus dem Element Wasser, um ein Nierenschie zu stärken. Das ist ein Gerät aus Holz, wo drin eine Elektronik ist, da hat es Spulen drin, die machen eine Taktfrequenz. Aber es trägt keine Batterie. Da ist ein Akku drin, der wird aufgeladen. Es muss eine Batterie haben, sonst würde die Taktfrequenz ja nicht funktionieren. Da heißt es ist hier, um eine Zellaufladung zu simulieren. Das hier ist nichts anderes als eine kleine Erde, weil der taktet exakt genau gleich wie die Erde. Also der simulierten Erdmagnetfeld. Zudem ist die Hülle und innen dran das ganze System mit skalarer Befeldung noch gemacht. Also da ist eine Bioresonanzbefeldung mit drauf, die zum Beispiel Stoffwechsel optimieren kann, Schlaf optimieren kann und so weiter. Also nicht Therapeutisch, sondern meine Resilienzfähigkeit, da ist meine Fähigkeit meines Körpers, wieder selber in die Mitte zu kommen, Probleme wieder korrigieren kann. Also es gibt ja unterschiedliche Thematiken in dieser Richtung. Meine Aussage zu den Menschen ist immer wieder dieselbe. Wissen Sie, wir sind so viel in so vielen Bereichen neu unterwegs und fangen an zu testen und zu sehen, wie funktioniert das bei uns. Bei so einer Geschichte empfehle ich immer, bestellen, probieren, fühlen. Weil da kann dir keiner was sagen. Natürlich kann der Wissenschaftler sagen, ja, das ist für das, nicht für das. Aber das kann mir die letzten 100 Jahre, dass Wissenschaftler irgendwas zu irgendwas sagen. Was ist denn wichtig? Sie brauchen das, Sie fühlen sich unwohl, Sie merken, dass Sie ständig von irgendwelchen Strahlen behämmert werden. Also was tun? Handeln ist das Wichtigste. Nicht krähe und nicht rumschreien, da tut es weh, hier tut es weh. Nein, das macht keinen Sinn. Nehmen Sie doch so eine Empfehlung an. Ich meine, Alfred bewegt sich doch auch auf unserer Welt und in unseren Feldern. Da versteckt sich ja auch nicht irgendwo in einer abgeschirmten Kammer. Aber es tut ihm gut. Und er konnte sogar sein Gewicht damit verändern. Also es gibt auch noch positive Nebeneffekte davon. Und er würde es ja nicht tragen, wenn es ihm nichts nützt. Ich meine, ich kenne niemanden, der sich was um den Hals hängt, nur dass es um den Hals gehängt ist. Ja doch, wenn man so manche Goldketten anguckt. Ah, ich wollte ja sagen, zieh mal eine Krawatte an. Nein, in diesem Leben nicht mehr. Ja, ich gehe ich d'accord gleich. Ja, nicht mehr nötig. Wichtig ist schon, dass man erkennen kann, mit so einem pulsierenden Magnetfeldsystem, mit diesem kleinen Sinusbody, heißt der ja, dass der wohl Elektrosmog in meinem Körper komplett neutralisiert. Also 5G und so weiter tut mir nichts mehr. Wir haben tausende von hochsensiblen Menschen, die das Gerät ansehen und sagen, boah, ich kann wieder einkaufen, ich kann wieder Zug fahren und was auch immer. Also er macht wo er das, aber grundsätzlich macht er nichts anderes als meine Körperzellspannung wieder aufladen. Das heisst, das, was ich mit 3 Stunden barfuß spazieren im Wald erleben kann, das soll ich tun. Ich bete alle Leute, tut das. Aber nicht jeder kann es, jeden Tag, weil es gibt auch noch Leute, die müssen arbeiten, die müssen in dem Raum sein. Es muss auch nicht 3 Stunden sein. Wenn ihr es schon mal schafft, am Tag 10 Minuten euch mit der Erde zu verbinden. Super, genau. Jetzt kann man einfach mit dem die Erde simulieren und direkt auf der Thymusdrüse tragen, das morphogenetische Feld damit aufladen. sagen, ich bin stark, ich bin stabil, mir geht es gut. Wir heilen mit dem nichts, gar nichts. Wir machen nur die Batterie hoch. Ich mache den Vergleich immer, wenn du ein Elektrofahrrad hast und den Berg rauf fahren willst, sollte die Batterie voll sein. Wenn die leer ist, ist sie schlimmer als ein normales Fahrrad. Genau, schwer. Darum muss die voll sein und der hilft zu füllen. Und der hilft gleichzeitig noch, Stoffwechsel aktivieren, Schlaf optimieren, Elektrosmog zu neutralisieren. Also von dem her, da könnte ich jetzt Stunden drüber erzählen, wie die Technik funktioniert, müssen wir gar nicht machen, muss man erleben. Aber das, wie gesagt, gibt es ja auf Vorträgen und meine Frage vorher zielte, natürlich wird es viele Menschen geben, die sich absolut begeistern. Wir haben ja im Vorfeld uns lange unterhalten und wir kommen ja gleich auch nochmal zu einzelnen Produkten. Und ich habe ja gesehen, dass ihr ein System habt, was sowohl über das Wissen, über die Eigenverantwortung, über die Motivation zum Selbsthandeln und dann noch die richtigen Produkte in Klammer Werkzeuge zur Verfügung stellt, wie ich auf der physischen Ebene das noch unterstützen kann. Da ist ja schon viel vorhanden und das ist ja sensationell. Sie kennen das, liebe Zuschauer, in allen Bereichen gibt es Menschen, die mit neuen Erkenntnissen versorgt werden, die dann irgendwo hingehen und fangen an, das zu verbreiten, ob das im Internet ist, auf Vorträgen, wie auch immer. Aber als Normalmensch, ich bin jetzt ein ganz normaler, ich habe meinen Job auch zu tun und so was. Mir geht es auch nicht um Berater zu werden, da gibt es andere, die können das bestimmt besser. Aber ich habe jetzt gehört, nehmen wir vielleicht mal als Beispiel das Produkt, was hier steht, wenn das die Kamera mal einfängt. Dort steht ein Produkt, ich kenne das aus vor 30 Jahren schon, und zwar geht es da, die Chinesen haben immer so Pflaster gemacht, die nannten sich damals, die hatten so einen eigenen Namen gehabt, ich weiß gar nicht mehr, wie die hießen, auf jeden Fall für die Füße. Und wenn du die dann drauf gemacht hast und hast die dann einen Tag drauf und hast sie abends runter, waren die Grotte schwarz und du hast gesagt, um Gottes Willen, verfault mein Fuß schon. Also Ausleitthematik, also da wird man das Rad auch nicht neu erfinden müssen. Du hast gesagt TCM, dann weiß man, wo es herkommt. So, wenn ich das jetzt sehe und sage, Mensch, natürlich bin ich auch belastet, ich bin nicht in meiner eigenen Welt, sondern in der, wo wir alle sind, ich sollte das jetzt mal machen. Wie komme ich als Endverbraucher, als Zuschauer, der uns heute zuschaut, zu diesem Produkt? Also ich kann online gehen, im Shop drin, das bestellen. Es gibt auch anschließend, dann denke ich mir, eine Website, wo man das Ganze auch anschauen kann. Da kann ich es bestellen und probieren. Wir haben ja vor 20 Jahren diese neue Technologie, vor 30 Jahren waren das nur Kräuterextrakte, für die Füße, um gewisse Systeme zu aktivieren. Heute sind wir in einem homogenen Vitalpflaster, das ausbalanciert nach dem Yin-Yang-Prinzip ist, mit Bio-Resonanz bespielt ist, mit reinem Puli-Bambusextrakt, der 15 Jahre gelagert ist, gereift ist, bevor er im Pflaster wird. In einem Pflaster für einen Fuss sind 90 Kilo Bambus als Rohstoff verwendet worden, bis die Wirkung, der Effekt vom Pflaster da ist. Und das Ganze gibt es dann auch in Buchform, wo man lesen kann, mit Akupunkturatlas, mit wann klebe ich wo. Es geht nicht nur an die Füße, es gibt ganze Körperpunkte, die man bekleben kann und wunderbare Dinge damit machen kann. Und da zieht es dann die Schadstoffe aus dem Körper aus. Schadstoffe aus, oder es löst Blockaden auf, oder es reguliert sogar Schmerzthematiken, und so weiter. Da gibt es ganz, ganz, ganz viel Erfahrung. Du bist ein Profi, ich merke das. Sie haben das gehört, liebe Zuschauer, haben das auch wahrgenommen. Es funktioniert nicht nur auf der physischen Ebene. Und das ist ja das, was ich sage. Das, was ich vor 20 Jahren aus Asien mitgebracht habe, diese, waren so in so schönen, bunten Aufreißbeuteln drin, diese Pflaster da. Was ist passiert? Es haben Menschen angefangen, das zu analysieren und weiterzuentwickeln. Und die Komponente ist heute, das ist auch, er hat gesagt, Blockaden, Blockaden ist nichts, was sie physisch am Körper haben. Dann wäre es so einfach, gehen wir zum Professor, lassen es wegschneiden, dann ist alles erledigt. Nein, das sind Dinge, die in unserem Mind, die in unserem Sein verhaftet sind aus Erlebnissen, die wir vielleicht auch mitbringen von anderen Leben. Aber sie beeinflussen uns. Und wenn die Dinge mir helfen können, warum nutze ich es dann nicht? Oder probiere es zumindest aus. Das ist ja keine Größe, wo Sie jetzt einen Kredit aufnehmen müssen. Das sind alles ganz normale Kosten. Dann brauchen wir vielleicht mal eine Schachtel Zigaretten weniger und kaufen uns dafür die Fußflasch dann. Oder zwei. Also, Sie sehen, es geht alles. Das heißt, ich als Zuschauer, der ganz normal sagt, Mensch, jetzt habe ich dem Dr. Alfred Gruber zugehört, ich finde das alles schlüssig, was er gesagt hat, ich will das probieren, ohne dass ich jetzt irgendwo hingehe. Viele Menschen haben auch Berührungsängste. Ich meine, wenn Sie auf eine Veranstaltung gehen, müssen Sie gleich in irgendeinem Club beitreten oder so. Nein, müssen Sie alles nicht. Wenn Sie das Interesse daran haben, gibt es natürlich die Möglichkeit, dort sich zu engagieren. Ich empfehle das immer. Ich sage, was ist denn besser, wenn ich irgendeinen alten Mist mache und verkaufe jetzt nach wie vor irgendeinen Elektronikschrott, der die Leute stresst? Oder gehe ich jetzt hin und sage, Mensch, mein verkäuferisches Talent setze ich ein für Dinge, die zum Wohle des Menschen sind? Überlegen Sie, treffen Sie diese Entscheidung. Sie sind der Schöpfer. Ergo, ich kann ganz normal jetzt sagen, das habe ich jetzt gehört, das finde ich toll, ich bestelle jetzt über die eingeblendete Website, dieses Produkt, bezahle das, habe keine weitere Verpflichtung, alles gut. Kann aber auch, wenn ich möchte, hingehen und sagen, Mensch, ich möchte mich damit näher beschäftigen. Sie sehen auch da vorne, und heute ist nicht das Ziel der Sendung, auf die ganzen Produkte einzugehen. Wir haben die hier mit ins Studio gebracht und da habe ich den Alfred gebeten, und bring es ruhig mit, dass die Menschen sehen. Es ist nicht nur hier eine Zielsetzung, den Leuten ein neues System, in Theorie und Vorträgen und bla 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 aufs Ohr zu drücken. Nein, Sie können erleben, das heißt, das, was Sie erklärt und erzählt bekommen oder recherchieren können auf den Seiten oder erfahren durch die Mitarbeiter, die bei iLike tätig sind, das können Sie dann selbst nachvollziehen, indem Sie die Dinge anwenden. Nochmal eine Frage zu dem Teil, was du da um den Hals hängen hast. Wie heißt das? Das Sinusbody, von der Sinuswelle, von der Erdmagnetfeld-Sinuswelle. Bei der normalen Elektronik, also wenn ich ein normales pulsierendes Magnetfeld, so Matten, wo man zu Hause Knie wieder in Ordnung bringt oder Therapeut, dann sind das Segezahnimpulswellen, also technische Wellen. Hier geht es um reine Information über Sinuskurven. Eigentlich ist es nicht ganz, und das ist nach Fibonacci genau programmiert, aber das gehen wir dann auch nicht in die Tiefe rein. so wie sich die Zellen auch teilen, nicht duplizieren, sondern nach Fibonacci sich teilen und so weiter. Das ist eine komplett perfekte Programmierung, die meinem Körper nicht nur gut tut, sondern meinen Körper Zellen wieder auflädt. Das ist die Idee und die Vision und damit eine Stabilität auch gegen Elektrosmog, weil auch die skalare Befällung auf dem Gerät für Elektrosmog integriert ist. Jetzt haben wir ja noch ein Problem, und zwar die Unsicherheit der Menschen. Denn natürlich kommst nicht nur du zu mir in die Sendung, und es gibt auch noch viele andere Formate, die Ähnliches tun wie ich, und jeden Tag kommt ein neuer und stellt ein neues System, ein neues Produkt, eine neue Anwendung, wie auch immer vor. Ich sage den Menschen immer, ich kann euch nicht eine Empfehlung geben und werde ich auch nie tun und ich werde auch nie sagen, das ist das Beste oder das nicht. Warum? Habe ich vorhin schon gesagt, wir sind Individuen. Was bedeutet das? Wie könnt ihr denn entscheiden, ist das Produkt das Richtige für mich? Wie? Spürt es. Spürt euch hin, wenn es sich gut anfühlt, kauft es, wenn es sich nicht gut anfühlt, lasst es. Fertig. Und jetzt gibt es natürlich noch Unternehmen, die es den Menschen etwas erleichtern, wie ist das denn? Ich hatte vor kurzem jemanden, der etwas Ähnliches macht, der hat gesagt, gut, die Leute können das kaufen, wir innerhalb von vier Wochen, das heißt kaufen, bezahlen, wenn ich innerhalb von vier Wochen der Meinung bin, es wirkt bei mir nicht oder es nützt mir nichts, kann ich es zurücksenden, ist es in einwandfreiem, wiederverkaufsfähigen Zustand, bekomme ich mein Geld zurück. Gibt es so etwas Ähnliches? Das haben wir sogar die rechtlichen Voraussetzungen dafür in der Schweiz auch geschaffen. Selbstverständlich, dass wenn jemand sagt, will ich nicht, doch nicht, dann, dass er es auch wieder retornieren kann. Bei uns kann er auch alles nicht nur bezahlen, sondern kann er auch mit Rechnung bestellen. Er kann sogar bei einem Gerät, was ein bisschen teurer ist, wenn er sagt, ich will ein ganzes Haus harmonisieren, zum Beispiel, das haben wir selbstverständlich integriert, und zwar wissenschaftlich dokumentiert, mit Auszeichnungen ohne Ende, und zwar nicht von irgendeinem Heilpraktiker, der das zu Hause uns auszeichnet, sondern von den Koryphäen weltweit, Korakow, Haftfelder und so weiter, dann kostet das vielleicht mal Geld, aber dann kann man das sogar in Teilbeträgen zahlen. Es ist auch noch wichtig, dass wir wollen wirklich, dass die Menschen das einsetzen können. Aber am besten ist, erleben. Und wenn ich da zum Erleben, wir haben im Vorgespräch, habe ich dir ein Öl auf die Hand gegeben, ein G-Öl, ein Energieöl, wo man einfach sagen muss, eine alte Rezeptur, 700-jährige Rezeptur aus der chinesischen Medizin, wenn du die in die Hand nimmst und riechst, dann sagt jeder, boah, das brauche ich. Einfach ein Erlebnis, dasselbe wie mit der Zahnpasta. Ich habe einen deutschen TV-Moderator vom ZDF, ich sage den Namen jetzt nicht, dem habe ich ein Gespräch geführt, und dann habe ich ihm noch gesagt, hast du was an den Zähnen? Er sagte, nee, nee, das ist ganz grau. Ich weiss für mich nicht gut als Moderator, weil ich trinke immer Schwarztee. Und jetzt hat er gesagt, aber jetzt gehe ich nach Kanada, dann lasse ich die Zähne blitchen. Da muss ich nichts drüber sagen, oder? Nein, nein, nein. Alle zwei Jahre muss ich die Zähne blitchen, sonst bin ich nicht mehr Moderator. Und da habe ich gesagt, bevor du das machst, nimm mal eine Bambuszahnpasta, die wir haben, weil wir haben nur 120 Produkte, wir haben so viele Lösungen. Der hat das genommen, ist in Kanada, schickt mir ein Bild und sagt, schau mal das an. Meine Moderatoren rundherum in Kanada sagen, wie hast du das gemacht? Du hast eine schneeweiße Zähne, weil die weiss macht, ohne zu scheuern. Also wir machen uns wirklich viele Gedanken zu vielen kleinen Problemen. Mundgesundheit, so wichtig. Wir wissen, warne ich davor, dieses Klassische, was Ihnen da angeboten wird beim Zahnarzt, ist eine Chemiebombe, die Ihnen da in den Mund geschoben wird. Und ich weiß nicht, ob für die Schleimhäute, die da sind, die alles aufnehmen, das jetzt so toll ist. Und wie gesagt, was nützen einem kranken Mensch weiße Zähne? Ich habe es super. Also immer in der Verstand, ich meine, dieser ganze Schönheitswahn, der da propagiert wird, dem folgen wir nicht. Und das ist auch nichts, was der Dr. Alfred Gruber hier vorstellen will. Es geht uns nicht um Mode, es geht uns nicht um Schönsein. Bei uns geht es um gesund und lebendig sein. Und wer lebendig und gesund ist, ist automatisch schön, sagt jemand. Wo kommt denn die Schönheit her? Ich frage in meinen Vorträgen gerne, Schönheit, Haut, Falten und so, wo kommt denn die Schönheit her? Das sagen immer alle, die gleiche Antwort, das Schöne kommt von innen. Da frage ich immer, wieso klatscht denn so viel Kosmetik ins Gesicht? Nein, natürlich hat Schönheit mit Haut zu tun. Die Strahlkraft der Haut hat ganz viel zu tun. Wir können über die Anklitzdiagnostik, ayurvedisch, chinesisch oder naturheilkundlich, sehen, welches Organ in deinem Körper welchen Zustand haben. Mit Falten, Pickel, Rötungen usw. Das siehst du allein im Gesicht schon. All deine funktionellen Organe. Und wenn man jetzt das mit einer Reinigung Kosmetik von Highlight, die 100% natürlich ist, lebensmitteltauglich ist, du kannst alle Kosmetik von uns essen, und dann noch basisch ist, säurebasenneutral mindestens ist, und damit Bioresonanz informiert, dass alle Störfelder weg sind, kannst du ein homogenes Energiefeld in deinem Körper, in deinem Gesicht herstellen, und alle deine Organe werden sagen, Boah, Entspannung. Und ich habe jetzt ganz vermisst die chemischen Zusatzstoffe. Ja, seit 50er, 60er Jahren, ja, ja, klar, ist ja das, also die grösste Vergiftung ist ja gar nicht nur WLAN und ist gar nicht nur Lebensmittel, sondern überlegen wir uns, was mit der Kosmetik passiert, mit Reinigungsmitteln passiert. Das ist verrückt. Und das grösste Organ, unser Organ, was für ein Austausch da ist, was das Reiki, chinesische Medizin, das Abwehrenergiesystem, ja, ausmacht. Wie stark bin ich präsent, nach außen, nach innen mit mir, wie kann ich meine Reflexion, wie kann ich Eigenliebe entwickeln, wenn meine Haut, mein Metallelement, chinesische Medizin, nicht in Ordnung ist. Da kann ich gar keine Eigenliebe haben. Und da kommen wir wieder zur grössten Lüge, wenn ich jemandem sage, ich liebe dich, aber ich liebe mich selber nicht, und wahrscheinlich sind wir langsam am Ende. Eines der Hauptthemen unserer Zeit, genau, dich erst mal selbst zu lieben, bevor du überhaupt mal definierst, was ist andere Liebe. Haut war noch so ein Stichwort, ich meine, wird jetzt immer stärker auf uns zukommen, das Thema Hitze. Das heißt, meine Haut wird von Juni wahrscheinlich oder Mai, wenn es so wie es jetzt aussieht, bis September mit 35 bis 40 Grad heißer Sonne bestrahlt. Jetzt wissen wir, liebe Zuschauer, wenn wir so in die Urlaubsorte gehen oder selbst schon hier, Vierwaldstätter See, und dann gehe ich an die Kioske und da stehen da ganze Ständer und dann ist dann der Sonnenschutzfaktor 32 und 48 und das macht noch schön und das ist auch mit denen und denen, da stehen dann ganz wilde Namen drauf, was da alles drin ist und was es alles soll und dann gucke ich hin und lese immer zwei Zusatzstoffe, mal den einen, mal den anderen, mal sogar beide und eines heißt Zinkoxid und eines heißt Titanoxid und beides gehört nicht in den Körper. So, jetzt werde ich natürlich dann zu so einem Unternehmen gehen wie I Like und wir sagen, gut, I Like muss verstehen, dass natürlich im Winter der Winter gewisse Dinge am Körper macht, da gibt es Foschbeulen und im Sommer gibt es Sonnenbrand, wenn ich nicht aufpasse, ist auch da... Wir haben eine komplette Lösung für das Thema Sonnenschutz. Das wollte ich hören. 100% natürlich lebensmitteltauglich, gleichzeitig kann ich sagen, wenn deine Haut in Ordnung ist, basisch ist und dein Körper Säure-Basen-Stoffessel technisch in Ordnung ist, brauchst du sehr wenig, bis fast gar keinen Sonnenschutz. Das stimmt. Bekannterweise, die basische Haut schützt sich selber. Und wenn einer Bescheid weiß, wie das Thema Bräune ist und man dann noch seine Aufnahme von Lebensmitteln in die Richtung ausrichtet, Zauberwort Tomate, das beste Sonnenschutzmittel ist der Stoff, der in den Tomaten drin ist, aber da musst du natürlich jetzt auch Tomaten kriegen, und nicht die roten Teile, die aus Spanien kommen und aus Wasser sind. Genau, so ist es. Unsere Sendung läuft dem Ende entgegen. Also erstmal meinen ganz herzlichen Dank. Ich glaube, wir hatten jetzt wenige Sendungen, liebe Zuschauer, in den letzten Monaten, die so viel Information in 54 Minuten Sendezeit gepackt haben. Aber dazu nochmal die Information. Gehen Sie auf die Website, schauen Sie sich die Breite der Möglichkeiten an und dort gibt es auch ein Verzeichnis der Mitarbeiter von iLike, diese ganzen Berater. Das heißt, ich muss jetzt nicht unbedingt mich den ganzen Tag vor das Internet setzen. Warum? Viele meiner Zuschauer, das weiß ich, sind nicht internetaffin oder können es nicht oder wollen es nicht. Und die haben die Möglichkeit auch zum Beispiel über die Telefonnummer zu sagen, wo ist in meiner Region der nächste Berater? Ich hätte gerne mal einen Haus besucht, dass der zu mir kommt. Dann habt ihr schöne Unterlagen, habe ich dürfen auch sehen, wo all das, was wir jetzt besprochen haben, auch zeigbar ist auf Papier. Der kann mit mir arbeiten und dann kann ich von ihm das Wissen erlangen, was zu meiner Selbstgesundung wieder nötig ist. Oder man wird zu einem schönen Vortrag eingeladen oder man muss gar nichts. Man kann einfach sagen, ich kann auch mal nicht zusammenpassen. Das reicht genau so. Ich möchte, dass die Menschen erleben, selber erleben können und erst dann entscheiden, will ich mehr oder nicht. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch. Vielen Dank, um das geballte Wissen zu übermitteln. Vielen Dank auch an die ganzen Menschen und Mitarbeiter, die in deinem Umfeld im wissenschaftlichen Beirat sind und es möglich gemacht haben, dass es heute so weit ist. Und dann denke ich, haben wir das Beste getan für die Zuschauer, was wir tun können. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, für Sie, ich hoffe, es war genauso spannend und informativ, wie das für mich war. Sie werden wahrscheinlich in diesem Format Time to do das Wort I like noch öfter hören, denn wir wollen natürlich auch, dass die einzelnen Thematiken Ihnen noch bekannt gemacht werden, wo wir vielleicht noch ein paar Wissenslücken haben. In dem Moment wünsche ich Ihnen eins, beste Gesundheit und viel Lebensfreude und bis zum nächsten Mal. Das ist es eine Unsfirelinie. Und wenn es hier geht, dass die Einnahmen an ein paar Wissenslücken das überw Certified und das überwältigt sind. Und dann bin ich zwei, zwei, drei, drei, zwei, zwei. Vielen Dank.